Die Behörden ermitteln gegen Führungskräfte und Partner des Immobilienkonzerns seit mehr als einem Jahr. Nun rückten Ermittler europaweit zu Durchsuchungen aus. Düsseldorf Der Skandal um den Luxemburger Immobilienkonzern Adler Group weitet sich aus. 175 Ermittler der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Bundeskriminalamts, BKA, durchsuchen seit Mittwochvormittag europaweit 21 Objekte, darunter Büros. Wohnungen und eine Rechtsanwaltskanzlei. Das hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt bekannt gegeben. Nach Handelsblattinformationen geht es dabei um Geschäfte der Adler Real Estate AG, die sich Anfang 2020 mit dem Luxemburger Konkurrenten Adu Properties und dem Projektentwickler Consos zur Adler Group zusammengeschlossen hatte. Die Vorwürfe lauten Untreue, Bilanzfälschung und Marktmanipulation. Ein Adlersprecher bestätigte auf Nachfrage, dass ungefähr zehn Beamte seit 8 Uhr im Berliner Hauptquartier die Räumlichkeiten von Adler Real Estate durchsuchen. Das Unternehmen kooperiere mit den Behörden. Er betonte zudem, dass unter den Beschuldigten kein Mitglied des Verwaltungsrats der Muttergesellschaft Adler Group SA sei. Untertitelung des ZDF, 2020